Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf Mobil TV 22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV 22. Mobil TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Eine neue verborgene Garagengeschichte, heute bei Werner Köhle in Arzl im Bittstall. Und wir werden heute Teil 1, Teil 2 und Teil 3 für euch verfilmen. Es gibt wunderschöne Motorräder, die wir heute besichtigen werden. Jetzt schon ein Highlight des, was ich hier sehe, eine Ducati. Werner, die verbogenen Garagenschätze bei dir mit Ducati, mit Moto Guzzi, mit MV Augusta. Da hast du dir ja einen Namen gemacht, nicht nur weil die Motorräder hier stehen, weil du sie tunst, herrichtest, servicierst, sondern du hast auch ein Teilelager dazu. So ist es, ja, ich habe mir da einiges zugelegt an Teile, Ducati, Moto Guzzi und auch MV Augusta habe ich einiges an Teile. Ich glaube, in Österreich ist niemand da, der so viele Vierzylinder-MV-Teile hat wie ich. Ihr habt nicht einmal gehört, in Italien gibt es mehr solche Teile, die du da hast? Ja, einzelne Teile sicher, originale sicher. Nachbarn mittlerweile gibt es einiges, aber Originalteile habe ich sicher mehr da, ja. Und warum ist es die italienische Marke oder die italienischen Marken? Naja, meine Kollegen vermehrter werden alle BMW und da habe ich mitgespielt. Es muss natürlich Ducati, Moto Guzzi sein, beziehungsweise MV, wo immer ein bisschen Italiener-Fan, auch mit dem Auto. Und da ist das entstanden. Nun, er ist ja früher motogross gefahren und jetzt fährt er auf der Rundstrecke. Jetzt ein ganz besonderes Gerät zugelegt, eine Ducati, ganz eine besondere. Ja, das ist eine Ducati 750S, Bayer 1974, eine sogenannte Rundmotorducati. Man sieht das anhand der Deckel. Nach dem Modell sind die eckigen Motoren, kann man nicht mehr so gefragt sein. Das ist ein recht seltenes Modell, das auch einen entsprechenden Wert hat und kostet natürlich auch. Wird aber gefahren von mir, ich fahre alle meine Motorräder. Ich habe dich ja kennengelernt bei der Solitude, wo du mit einer Beiwand gefahren bist, mit dem Manuel, mit dem Stadler, den wir sie ja schon eine Zeit kennen, über die DTM. Und du bewegst ja nicht nur, dass sie bewegt werden, sondern du bewegst sie ja richtig schnell. Ja, wir sind immer vorne mit dabei, haben wir jetzt wieder gezeigt, unten in Schwanenstadt. Und wir möchten nächstes Jahr wieder richtig angreifen und schauen, dass wir wieder mehr auf der Strecke sind. Beruflich lässt es jetzt wieder ein bisschen mehr zu und dann schauen wir, dass wir wieder Gas geben. Wenn man so ein Motorrad restauriert, so wie diese Ducati, da muss man ja schon ein bisschen ein Feingefühl haben. Ja, das ist richtig. Man muss da schon ein gewisses Kenntnis haben, wenn man sowas angreift. Speziell diese Königswellenmotoren sind sehr sensibel zum Reparieren. Aber wenn sie mal ordentlich gemacht sind, funktionieren sie recht gut und zuverlässig. Man muss auch mit Fahren entsprechend umgehen. Das ist nicht so wie bei einem modernen Motorrad, einfach Starten und Gas geben, sondern das Ganze muss man schon ein bisschen mit Liebe und mit Gefühl machen. Mit viel Feingefühl, natürlich. Ja, das braucht es nicht gerade, aber so feinfühlig bin ich nicht damit da. Aber sie werden alle schneidig fahren. Ja, der Werner hatte eben, wie gesagt, nicht nur Ducati, sondern auch Moto Guzzi. Und bei der Moto Guzzi, wo wir jetzt hingehen, da gibt es ja eine ganz besondere Einheit an der Vorderachse, die, was du jetzt gerade umbaust. Ja, so ist es. Das ist eigentlich mein Reisemotorrad. Der war, glaube ich, schon zehnmal in Kosika. Und da waren wir jetzt von längst wieder unten. Und jetzt muss ich mit den Bremsen ein bisschen was machen, dass wir ein bisschen zügiger fahren können. Und bevor wir Leistung machen, machen wir gescheite Bremsen. Nachher werden wir die Motorrad nicht hinten nehmen. Ja, dann gehen wir uns da hin und schauen uns das an. Die Moto Guzzi vom Werner. Ja, wie ich heute hereingekommen bin in die Garage, hat der Werner an seiner Moto Guzzi geschrauft. Ganz etwas Besonderes, alles neue Bremsen. Ja, das ist so. Die Motorräder der 40er Jahre, das ist Ende 40er Jahre, 48er Baujahr, haben die auch schlechte Bremsen gehabt. Da haben wir jedes Rad noch zu. Das war jetzt die Originalbremse. Und jetzt haben wir auch noch mal gedacht, da muss etwas Gescheites einnehmen machen. Jetzt kommt eine Doppel-Dopplex-Bremse ein. So wie sie damals auch bei den Rennmotorrädern verwendet worden ist. Und da haben wir jetzt das Rad einsprachen lassen. Und da können wir jetzt gescheite Bremsen rein. Und dann kommen wir mit den entsprechenden Fahrern, dann kommen die Bremsen. Also da gibt es noch Ersatzzellen, weil das schaut ja ziemlich neu aus. Nein, das ist Nachbau. Die haben wir original Grimmenka gehabt, aber das gibt es leider nicht mehr. Das sind jetzt Nachbaubremsen, die kann man mittlerweile kaufen. Und ja, funktioniert recht gut. Ich würde sagen, von der Qualität her sind sie gut. Man muss es mal entsprechend anpassen. Das ist ein bisschen Arbeit, bis das da rein ist. Ja, du hast mir erzählt, du warst in Kosika mit dem Motorrad. Deshalb habe ich das Kosika umrundet und habe es die BMW vor euch hergehabt. Ja, die haben wir gescheit umgetrieben, die haben wir sogar überholt. Man darf die Motorräder nicht unterschätzen, dadurch, dass sie ein Gewicht von 140 Kilo hat. Die Leistung von 5,1 PS ist jetzt nicht alles. Aber wenn man das recht rennen lässt, kann man damit ganz schneidig fahren. Speziell in enge Kurven und so weiter. Ja, da tun sie mit den großen GS, mit den 260 Kilo Motorrädern, tun sie da hart. Da fahren wir sauber rum. Also da fährt sie es mit den alten Motorrädern gegen die modernen? Ja, genau so ist es. Ich hätte eine moderne, aber ich fahre lieber mit der alten. Ja, so soll es auch sein. Wunderschön, diese Moto Guzzi. Toll ist es auch, wenn man so etwas umrüsten kann und man sagt, ja, okay, das ist jetzt interessant. Ich habe da für nächstes Jahr etwas zum Ausprobieren mit neuen Bremsdrehen. Ja, ich sage es so, über Sinn und Unsinn darf man jetzt da auch drüber nachdenken. Das ist eine Frasspinnerei und macht Spaß und ist mein Hobby. Ja, das ist ein Hobby und das ist der Teil 1. Und wir gehen jetzt gleich mal weiter zu Teil 2, wo wir euch dann überraschen werden, welche anderen wunderschönen Schätze er noch verbogen hat. Ja, Werner, es ist schon mal toll, dass wir bei dir da sein dürfen und dass du uns das überhaupt zeigst, was du da alles hast und was du da baust. Und du machst das ja nicht nur für deine Motorräder, sondern du machst ja andere Motorräder auch noch. Ja, ich mache für meine Kollegen die Motorräder und tue ein bisschen Handeln damit. Also ich bin da in der Oldtimer-Szene, ich bin gut am Weg. Ja, und jetzt gehen wir zu Teil 2 über und da freuen wir uns schon. Bis zum nächsten Mal.